Die Eisbären Berlin unterliegenden Nürnberg-Eiszeigers hier in der Mercedes-Benz Arena in Penaltyschießen. 2 zu 3 für uns hier, der Nummer 38, Yannick Wiehl. Yannick, ein dramatisches Spiel für den allgemeinen Eishockey-Fan, aber leider dieses Mal in Overtime oder in Penaltyschießen, der Oberhand ist nicht für uns. Das war eine Achterbahnfahrt heute für uns, ne? Ja, für sicherlich. Ich denke, wir haben hier nur eine Möglichkeit gewonnen, einen zweiten Wunsch zu bekommen. Und ich denke, das Spiel war nicht gut genug. Ich denke, sie haben gut gearbeitet und wir haben gut gearbeitet, aber ich denke, wir waren nicht effizient, wie wir gearbeitet haben. Wir müssen einfach besser sein. Es war ein ansehnliches Spiel, aber kein gutes Spiel von uns. Und das ist das, was uns gefehlt hat. Und letztendlich hat uns vielleicht mal die extra Punkte gekostet. Nichtsdestotrotz, Yannick, es fing sehr, sehr gut an. Der Druck war da im ersten Drittel und wieder mal. Der Powerplay hat sehr, sehr gut funktioniert. Hat uns vielleicht mal der 5 gegen 5 ein wenig im Stich gelassen. Ja, für sicherlich. Und wie ich gesagt habe, die zwei Tore, die wir gegeben haben, sind einfach einfach ein einfacher Fehler, die wir evtl. Ja, Yannick sagte ja, die zwei Gegentore resultieren von leichten Fehlern, die man nicht machen muss und machen sollte von uns. Nochmals, das sind Fehler, die ihnen nicht passieren sollten. Und es war kein gutes Spiel von uns. Wie das bedeutet Sonntag, wir haben ein Bounce-Back-Gelegenheit hier in der Mercedes-Benz Arena gegen die Düsseldorfer EG. Deiner Meinung nach, was muss sich verbessern? Ist es das Kampfverhalten oder vielleicht mal ein bisschen mehr Aggressivität auf dem Eis, damit wir alle Punkte gegen die EG für uns ergatten können? Ja, auf die Frage. Natürlich wollen wir mehr Aggressivität und Physikalisierung. Ja, auf die Frage. Natürlich wollen wir mehr Aggressivität und Physikalisierung. Aber das müssen wir jetzt hinter uns lassen. Morgen gibt es ein Regroup, morgen gibt es eine Analyse. Wir werden trainieren und Sonntag schauen wir, wie wir in Düsseldorf schlagen wollen. Natürlich wird ein ganz anderes Spiel. Düsseldorf spielt eine ganz andere Sorte von Eishockey. Und für uns ist jetzt Not nach vorne gerichtet und den Heimsieg einfahren. Vielen Dank, Janik, für dich. Danke.